Liebe Direktberaterin, liebe Direktberater, du hast die richtige Entscheidung getroffen, ein Gewerbe im Direktvertrieb anzumelden. Mein Name ist Romana Endhofer und ich zeige dir, wie du in Kürze alles ganz einfach am Online-Weg erledigen kannst. Von der kostenlosen Gewerbeanmeldung bis zur Anmeldung bei der SVS und der Erklärungswechsel beim Finanzamt. Der zweite Schritt ist die Anmeldung bei der SVS. Die meisten Direktberater starten nebenberuflich und als Kleinunternehmer. Das bedeutet, der Zuverdienst bewegt sich innerhalb der Geringfügigkeitsgrenze. Es besteht dazu die Möglichkeit, bei der SVS eine Ausnahme von der Kranken- und Pensionsversicherung zu erwirken. Wenn du aufgrund einer anderen Beschäftigung oder zum Beispiel während der Karenz bereits der Pflichtversicherung unterliegst. Für diejenigen, die eine Pflichtversicherung benötigen, ist nichts weiteres zu tun, da sie mit der Gewerbeanmeldung automatisch in die Kranken- und Pensionsversicherung aufgenommen werden. Sobald die Behörden all diese Informationen erhalten haben, steht dir nichts mehr im Wege und du kannst als Direktberater, Direktberaterin durchstarten. Ich wünsche dir dabei viel Freude und wirtschaftlichen Erfolg. Solltest du dennoch Fragen haben, kannst du dich gerne an mich wenden oder an das Büro des Gremium Direktvertriebes der Wirtschaftskammer Oberösterreich.